Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, ich wende mich heute als Landrat das erste Mal mit einer Videobotschaft an Sie. Und Hintergrund ist die Landtagswahl am 13. März in Sachsen-Anhalt. An diesem Tag werden Sie nicht nur zu den Wahlurnen gerufen, um über die Zusammensetzung des neuen Landtages abzustimmen, sondern wir wollen zum ersten Mal im Burgenlandkreis Sie auch bei einer Entscheidung einbinden, die für die örtliche Gemeinschaft, für uns alle in den Gemeinden wichtig ist. Es ist die Frage des Verbrennungsverbotes von Gartenabfällen und von Astschnitt und die Ausweitung von Angeboten unserer Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt-Süd. Sie werden einen Stimmzettel im Wahllokal vorfinden, der die Frage enthält, Sind Sie dafür, dass im Falle eines Verbrennungsverbotes von pflanzlichen Gartenabfällen im Burgenlandkreis das Entsorgungsangebot von Grün- und Astschnitt erweitert wird? Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, sprechen Sie sich für ein Verbrennungsverbot aus und gleichzeitig für die Ausweitung der Möglichkeiten, Grün- und Astschnitt loszuwerden bei der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt-Süd. Wenn Sie die Frage mit Nein beantworten, sprechen Sie sich dafür aus, dass die Verbrennungsmöglichkeiten im derzeitigen Umfang fortbestehen sollen und eine Ausweitung der Entsorgungsmöglichkeiten über die Abfallwirtschaft nicht erfolgen wird. Die Meinungen zu dieser Frage gehen weit auseinander. Genau deshalb führen wir diese Befragung durch. Sie müssen dazu Hintergrundinformationen kennen. Dazu haben Sie zwischenzeitlich eine Umweltinformation der Abfallwirtschaft bereits erhalten. Diese Umweltinformation beantworten nahezu alle Fragen. Wir wollen mit einer möglichen Ausweitung des Angebotes für Grün- und Astschnitt die Entsorgungsplätze ausweiten, zahlenmäßig im Burgenlandkreis, aber auch von der Öffnungszeit her, sodass auch Berufstätige diese Möglichkeit nutzen können. Darüber hinaus würde die Möglichkeit bestehen, Grün- und Astschnitt an der Grundstücksgrenze ähnlich wie beim Sperrmüll abzuholen. Weitere Fragen, die zwischenzeitlich Ihrem Landratsamt eingegangen sind, möchten wir Ihnen über Facebook und Internet in den nächsten Tagen beantworten. Natürlich ist eine Ausweitung des Grün- und Astschnittangebotes auch mit Kosten verbunden. Diese Kosten belaufen sich nach der Kalkulation der Abfallwirtschaft auf ungefähr 300.000 Euro im Jahr. Für die Jahre 2016 bis 2018 wird dies trotzdem nicht zu einer Gebührenerhöhung führen. Wir haben diese Kosten bereits in der derzeit geltenden Gebühr eingepreist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, nutzen Sie am 13. März die Gelegenheit, erstmals selbst mitreden zu können bei einer Frage, die uns in den Kommunen bewegt. Gehen Sie am 13. März wählen und stimmen Sie auch über diese Frage ab. Vielen Dank. Vielen Dank.